gratulation sie haben es fast geschafft ihre masterarbeit ist hoffentlich schon fast fertig in diesem video geht es darum was sie noch tun können oder was sie noch beachten können um die masterarbeit zu meistern ich hoffe es fühlt sich nicht an wie schlammketschen die frage die sich alle stellen ist wann ist genug wann habe ich genug geschrieben diese frage habe ich mir bei meiner eigenen masterarbeit genauso gestellt wie sie sich die irgendwann stellen werden oder vielleicht schon stellen planen sie von vornherein zeit für feedback von freundinnen und freunden ihrem betreuer oder ihrer betreuerin ein und auch die überarbeitung das haben wir schon in der ersten lektion gehört aber ich wiederhole es noch mal sie können beim überarbeiten verschiedene ebene fokussieren inhalt struktur und sprache beim inhalt geht es dabei nicht darum ihre arbeit weil sie sie plötzlich ganz furchtbar finden nochmal vollkommen umzuschreiben verkneifen sie sich das ihre arbeit ist gut so wie sie überprüfen sie mit der folgenden unvollständigen checkliste aus fragen wie ihre arbeit inhaltlich wirkt versuchen sie in zwei sätzen zusammenzufassen was die kernaussage ihres textes ist ist diese kernaussage klar und deutlich wenn das schwierig ist werfen sie noch mal einen blick auf die forschungsfrage und ihre antwort auf die forschungsfrage haben sie dargestellt in welchem forschungsraum sie arbeiten darüber haben wir in der dritten lektion gesprochen haben sie erklärt wie sie zur antwort auf ihre forschungsfrage kommen ich meine damit theoretische und methodische zugänge wenn sie empirisch arbeiten haben sie ihre daten beschrieben interpretiert und diskutiert haben sie die forschungsfrage beantwortet und sich überlegt wie weiterführende forschung oder weiterführende fragen aussehen könnten haben sie die einleitung und den schluss geschrieben übrigens sollte man die einleitung immer erst am ende schreiben die fällt nämlich da am leichtesten und von der länge her machen einleitung und schluss übrigens meistens insgesamt circa zehn prozent der arbeit aus 100 seiten kommen wir da insgesamt auf zehn seiten das heißt fünf seiten einleitung fünf seiten schluss vielleicht auch drei seiten einleitung und sieben seiten schluss vielleicht auch umgekehrt fehlt etwas ist inhaltlich etwas unklar was ist zu ergänzen damit man das versteht was unklar ist könnte der text eventuell gekürzt werden haben sie vielleicht einen exkurs geschrieben der jetzt eigentlich nicht mehr so ganz in die zur arbeit passt führt etwas zu weit vom thema weg oder haben sie seiten aus geschrieben die interessant sind aber die eigentlich auch nicht wirklich zum thema der arbeit gehören keine sorge auch wenn sie die rausnehmen sie müssen sie nicht löschen sammeln sie die in einem eigenen dokument es kann sein dass sie die später noch mal brauchen achten sie auf ebene der struktur darauf ob der aufbau nachvollziehbar ist sind einleitung hauptteils schluss da und innerhalb des hauptteils die notwendigen teile für ihre arbeit also theorie methode verschiedene daten wenn sie mit daten arbeiten eine analyse eine diskussion achten sie darauf ob alle überschriften sinn machen generell gilt dass man bei nur einem unter kapitel dieses unter kapitel nicht unbedingt braucht sondern ins große über kapitel eingliedern kann überprüfen sie auch ob sich ein roter faden durch die arbeit zieht eine möglichkeit das zu tun ist das sogenannte sein posting dabei stellen sie mit hilfe kleiner textseile am anfang und am schluss eines kapitels verbindungen zwischen den einzelnen kapiteln und zur forschungsfrage her das heißt zum beispiel am anfang des kapitels in diesem kapitel geht es um und am ende des kapitels eine kurze zusammenfassung in einem satz und eine referenz darauf warum das jetzt zur beantwortung der forschungsfrage wichtig ist auf ebene der sprache gibt es noch zu sagen sie müssen nicht alles alleine lesen und auch nicht korrektur lesen man wird nämlich ziemlich betriebsblind heißt man sieht die eigenen fehler nicht mehr lassen sie ihre arbeit von einer vertrauten person die sich mit rechtschreibung auskennt oder von einer professionellen korrektur leser in einem professionellen korrektur leser korrektur lesen nutzen sie ihre studien kolleginnen für die rückmeldung wie ihr text bei ihnen ankommt gerade wenn sie freundinnen und freunde aus verschiedenen fächern haben können sie prüfen wie ihre arbeit bei fachnäheren und fachfremderen personen ankommt sie können sie sowohl um globales feedback bitten als auch ganz konkrete leitfragen stellen leitfragen zu stellen ist immer schwierig deswegen ein paar beispiele worum geht es deiner meinung nach in diesem kapitel oder in diesem über kapitel oder in diesem teil in einem bis zwei sätzen welchen eindruck macht die struktur meiner arbeit auf dich kannst du meine argumentation nachvollziehen wo ist es holprig wo macht es sinn und wie findest du meine antwort auf die forschungsfrage ist das nachvollziehbar oder hast du da auch noch fragen auch ihr betreuer oder ihre betreuerin ist eine gute ansprechstelle für feedback vereinbaren sie aber davon vornherein wie viel sie an ihn oder sie schicken dürfen und worauf er oder sie bei dir bei diesem feedback den fokus legen soll mit diesen schritten steht im abschluss fast nichts mehr im weg haben sie das gefühl sie konnten überall eine antwort geben sie muss nicht super befriedigend sein aber sie soll da sein wenn das der fall ist dann haben sie sehr wahrscheinlich ihre masterarbeit fertig unter diesem video finden sie eine checkliste mit dingen die sie für den abschluss ihres studiums vielleicht noch brauchen könnten und dann dann stehen sie wieder am anfang allerdings mit einem titel am ende ihres namens im besten falle was mache ich hier eigentlich wie lernde und studierende diesen schritt empfunden haben oder empfinden weil sie gerade auch in dieser situation sind das erfahren sie in den nächsten videos